einen wunderschönen guten hallo meine lieben freunde auf youtube und herzlich willkommen zu einer neuen runde mario kart 8 deluxe zusammen mit dalukat balui und kundran auf der besten map in diesem spiel hallo die wird jetzt erst ausgelost deswegen aber hi so was kriegen wir feines glaube ich hast dir die aufnahme gestartet halt doch die klappe also habe ich ja gerade noch mal nachgeguckt war sich jemand unsicher das letzte mal eine katastrophe war toadshaven statt 150 cc ich hoffe ihr seid bereit das wird schnell das weiß ich nicht ob das mit meinen alten augen noch verfolgen kann ich weiß deswegen haben wir einen großen charakter wie assi ist denn bitte der eine char der hat die augenbrauen so dick gemacht und so weit nach unten gemacht so machen die katzen begeistern augenbrauen denkt ja du kannst nicht geradeaus rüber also in einem immer rechts auf die brücke springen ich habe schon wieder vergessen zu drücken aber diesmal habe ich einen mitgenommen der ist auch mit an die seite gefahren glaube ich irgendwann davon klebe an dem glaube aber das ist nicht schneller wenn ich war wenn ich das richtig weiß aber da gibt es doppel item und das macht mich dann wieder schnell also jetzt gibt es erstmal ein geist da hole ich mir ein item von euch roten hahaha und das blau die und wenn dein stern aus ist bist du weg jetzt ist er gleich aus ja kommt der oder nein ich bin ins wasser gefrungen geile geschichte die party ab aber nicht mit mir mit platz zwölf jetzt ein blauer ich bin nicht erster deswegen ich bin fast zweistellig also ich bin wirklich sehr weit hinten kundra rammt mich auch mit absicht du bist jetzt zweistellig gewesen für eine sekunde da rammt der nächste mich mit seinem stern aber guck mal der hat auch wieder eine rakete und der nimmt die jetzt mit nach vorne der bommel der items magler boom wer ist der bummel? da ist kundra in Form hier komm jetzt gib mir hier irgendwas geiles ja hier okay blauli hier was geiles warte warte hier ich muss da nur beißen oh da kann man abkürzen das wusste ich nicht ich bin in die wand gefahren erstmal wieder was gelernt jetzt geht er ab da ist ein blauer Dicke mit mir alter das war knapp oooh durch manövrieren da klaut mir eine dry pilze hast du anscheinlich verdient ne wir haben zwei pilze ergaunert alter der typ was für ein doofi du hast so ne banane oooh die rakete jango fiese geschichte alter der blitz war jetzt ziemlich assig hatte gerade nix im inventar Mist wir riskierens let's go er hat den doppel item genommen er hat das doppel item genommen da ist Katze vor mir ich muss ihn kriegen oh shit zack mal rein schummeln oh oh no oh no oh no oh no ich bin schlechter oh no das war bei mir also mit dem shy guy gerade bin ich mir nicht ganz sicher er hat das noch vor mir das darf nicht wahr sein ich habe wieder punkte verloren also an man hat mir so eine gnaden ein gnaden tod ein land okay finde ich gut dass du das so ja hallo warte der antwort nicht doch direkt ich drücke auf x und dann hallo das kann ich jetzt steuerung die krone leuchtet wollen dieses lass uns noch warten ist gut auf was soll man denn warten alle wollen diese blöde flug haben gefahren die ganz gut ist eigentlich ja nicht aber aus prinzip sage ich ist sowieso immer alles negativ ist jedes mal wenn ich die strecke sie denke ich einfach nur ich weiß nicht mal welche map das ist aber ich denke an terminal terminal das ist auch was man theoretisch mal spielen könnte was terminal mw2 dafür gibt's remastered ach so so jetzt jetzt aber wenn er passt mal auf jetzt geht ab jetzt geht's los war da bis der countdown kommt da hat man jetzt noch mal so ein ding was ich nicht ein also katz ist erste runde vor mir gewesen sonst immer immer schlechter als nicht einmal einmal steht auch ein blindes huhn findet man korn ne echt geil geil dass der sprung bei mir ich bin zu schwer für die spiel ja geil also mein charakter in ich brauche mal wieder ich muss echt mal wieder mehr spielen oder man bummeren damit das habe ich noch nie gesehen als alte also als kombination ich habe zwei bomben das ist interessant ach komm da war schon mal die erste als ob ich da nicht daneben war ich habe schon beide gedroppt ob louis zweiter da bei louis fünf acht sieben leck mich doch neun ich war zweiter das hat man gesehen die zweite zahl konnte nicht geladen werden 21 21 ist so frustrierende ohne witz ja ich kann mir in der blau also warte nicht ins hemmt ja ich ging die banne ist egal kein blaue da auch jetzt kommen der blauen kriege ich er müsste ja gar nicht gut fallen in dem spiel nur gucken dass jemand anders so schlecht wäre dass der blaue bekommen meinst du ich habe schon wieder eine bombe an der stelle bekommen irgendwas mal hier in die kurve da ist die acht die blauen nichts anderes erwartet kunran und katz haben mir vorbei auch unverdient ja ich habe ein gutes item bekommen ich habe das verdient auch das wüsste ich gut das ist ja es hat radiker war ja das problem ist einfach dass ich zu viel rede und dann kann ich mich konzentrieren und dann bin ich einfach nicht daran waren der roter aber der rote war den anderen getroffen das war meiner der hat den anderen getroffen ja aber ich wurde von einem anderen roten getroffen er nimmt das alte mich mit der ganove hat das ganze war schön mit ihr hier er fährt in der banane ich komme ich bin zehn der bleibt jetzt eine rakete ach komm ich krieg halt zehn spielpilze was soll mir das er hat doch eine bombe als schweine ist ein das ist so schlecht ich bin von dahl und alle von dahl und online stellen alle vor dahl und gut jetzt sagt er wieder das sind die alte ja ja bla 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 er fährt die ganze zeit vorne mit dem ich kann das schon verstehen dass er das denken zwei runden erster da kommt die blaue und dann hast du ja auch schon wieder weil ich da schon wieder ergerlich schon wieder hat ihn sein kommen ich kann doch mit balui fahren negativ nase ich hatte jemand negativ nase genannt warum ist mir der dis bis heute nicht eingefallen der passt voll gut das ist hier taddeus das hat mein freund von mir damals gesagt ich wäre so eine negativ nase wie jörg taddeus zentakel ja taddeus ist doch auch so ein möchtiger musiker eine strecke wurde ausgewählt habe ich heute noch auf 1200 ein paar mal zwölf der wirst vielleicht da gibt es kombo kombo punkte kombo bubs wenn man fünf mal hinter den leihenplatz hinkriegt dann kriegt man extra punkte das ist ja kein problem nicht immer letzter also fünf mal zwölfter und du kriegst punkte opfer ich mich gern fürs team und spiel extra so schlecht dass ich letzter werde die ganze zeit ja ok das verstehe ich dann also gibt dann eine punkt extra für 12 die abgezogen werden oder so genau das ist das lohnt sich für mich also das ist reine mathematik bei mir das seien dabei ich war auf dem zweiten platz und krieg hier ein ding nein 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 aber ich hänge halt wirklich überall fest ich komme hier in der map überhaupt nicht klar ja das ist eine musik map dass du mit musik nicht ganz wissen wir natürlich werde ich zurückgesetzt anstatt nach blau der ist für dich alleine fang den komm nein so knapp an dir vorbei ich habe auch schnell noch dings angeschmallt schmissen hier was ist eigentlich mal ist das ist kaputt mit dieser welt da kommt der erst oder am ende wird am anfang der zweiten runde schon blauer ja das ist wieder katze der wieder meint krass ich hole noch blau und guck ach nee war der für dalu oder ich bin ja auch so weit hinten jetzt ja ja er red ruhig wieder ich bin hinter dir ja das ist schön bei mir wird nicht mal eine zahl angezeigt da steht nur hinter balu hier kommt ein geiles die rote war von einem spiel ich bin über die an den abgrund gefahren wie ihr alle und ich wurde einfach ins zurückgesetzt du hast meine banane gepackt nix habe ich jetzt bescheißt mich auch noch das spiel am arsch komm der doppel müsste wieder spawnen ja nee ach kacke kundran hör mal du willst auch noch mal mich gewinnen lassen oder nicht ich bin ja nicht mein erster war der komische war das war jetzt auch zwei runden lang er oder zweieinhalb runden erster nämlich siebter ja ja Ich hatte vier Pilze aus dem letzten einen bekommen, fahr um die Kurve, werd abgeschossen, lande, werde abgeschossen, hab mir noch zwei aufgehoben, booste in die Abkürzung rein, werde abgeschossen, stehe wieder, nimm meinen letzten Pilz, du fährst mit dem Stern durch mich durch, ich lege immer noch in der Abkürzung drin und musste dann ohne Pilz rausfahren, was eine Stunde gedauert. Traurige Geschichte, aber schlimmer als das ist, ich fahr normal über diesen Abgrund und werd einfach zurück gesetzt, ohne abgeschossen werden zu sein. Nein, du wurdest doch, du wurdest von irgendwas getoucht, Steuerdüster warst doch neben mir, irgendwas hat dich getroffen. Nix hat dich getroffen, außer ich hab dich gerammt, kann auch sein. Don't touch me. Also waren wieder die Items schuld, dass du verloren hast, ist schon klar. In dem Fall war wieder Items schuld, dass du verloren hast. Ich hab direkt minus 100 Punkte bekommen. Oh, aber ich hab übrigens 1200 geschafft. Ich hab die Runde eben zwei blau, die erste hab ich noch souverän gemeistert, da waren alle noch so beschissen, konnte ich trotzdem vorne bleiben, dann kommen noch eine und dann kommen noch weitere. Ich fand mein Feuer in der Luft sehr gut. Ja stimmt, das kam dann auch noch dazu. Wie viele Varios hier sind. Er hat mir irgendwann gesagt, ich muss Vario spielen, sonst darf ich nicht mehr mitspielen. So, dass man durchschreiben kann. Oh, warte. Die Musik hier ist schön. Du, die, du, die, du, du. Nicht so friedlich, ne? Also, da, 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 da. Jetzt hat er mir die Items geklaut. Kann ich nicht, war ja vorher da. Geklaut, deswegen ja. Die schießt den Boomerang jetzt nach hinten, so wie sie aussieht. Dalu judged hier schon wieder Spiele anhand ihres Mies. Katze, weißt du was, wenn man für ein Item dafür volle Möhre vor die Wand fährt, dann ist es das nicht unbedingt wert. Danke für den Tipp. Es war ein Stern drin und eine Rakete. Da ist ein Blauer. Ich hoffe, der trifft dich. Ich bin gedodged. Dann kommt jetzt mein Blauer. Warte, auf Call. Oh, Rakete, nehm ich. Den nehm ich aber sowas von. Junge, nehm ich die. Hallo, Blauli. Aber warum war er jetzt zu mir rübergelenkt, ey? Das war jetzt aber eine fiese Geschichte. Komm schon. Feuer, Blumeo. Feuer, Blumeo. Ach, komm. Und ein Sternchen hinterher. Komm, dann nochmal die hier weghauen. Genau. Ach, klar, Alter. Und ich hatte einen Stern in dem Moment. Oh, war das ein guter. Ich hatte auch den Stern, wollte ihn noch nicht aktivieren, weil ich erst landen wollte dafür. Oh, war das super. Und da ist eine Banane. Komm, die werden nach vorne. Komm, hol dir irgendeinen von denen. Ding, 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 ding. Nein, ich hole mich selber. Ich bin so ein Blut, Alter. Da kommt noch eine blaue. Komm dran, hast du doch schon eine. Ich habe den abgehört, wahrscheinlich deswegen. Aber außerdem zwei Blau ist ja wohl normal. Nein. Wenn ich überholt werde, kommt nämlich kein Gewinn. Mich hat's voll gegen das Wand gehauen. Das Wendle. Mich hat's voll gegen das Wand gehauen. Gegen Wendle. Oh, Feuerball. Get out of the way. Junge. Lucky. Ach, komm. Kundran ist da vor mir, komm. Ja, zwei Sterne hinter mir. Jo, das fühlt sich gut an. Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Ich freue mich so laut schon wieder. Ja, du hast mal runtergefahren von der Map hier. Das war hier schön. Komm, jetzt kommt meine Rakete am Ende. Nein! Das ist keine Rakete, aber ein Stern. Ach, scheiße, Platz 10. Ach, da. Easy. Du lässt nach. Kein Problem. Da kommt wirklich noch eine blaue. Ja, die hat mich auch noch gehittet jetzt. Ich bin immer noch im 1,2 Bereich. Wies, Alter. Alter, ein serious drunk. Leute, ich bin im 1,200 Bereich. Wenn ihr gerne weitere Folgen schauen wollt, dann schaut gerne bei den anderen Leuten noch vorbei. Lasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht ihr gut. Und bis dahin, erstmal tschau. Tschüss. Hoi. Tschüss. Hoi. 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 Vielen Dank.